So, ob wir da schnell irgendwas einnehmen können, das wir dann gleich wieder verlieren. Ja, 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 ja. Ja, das Sturm soll ja noch reichen. Ja, das war das und die ganze Jahr, das war diese Artillerie-Panzer, die ich nichts machen können. Ich weiß, wo die Schusser herkommt, bringt mir halt überhaupt nichts. Das ist kein gutes Spiel, also das ist irrelevant. Läuft der da oben, oder? Ich weiß auch nicht so genau. Waren wir wenig auch mal ein Verbündeter baut? So im Vergleich zum Gegner, der halt ohne Ende Massen entgegenwirft. Ich bin einfach noch ein bisschen daneben, also das ist der Grüne. Das ist wahrscheinlich einfach da vorbeigelaufen. Ja, die kannst du doch nicht einnehmen mit der Artillerie die ganze Zeit. Das Spiel halt auch einfach an mich. Was ist denn da? Ich glaube, wir haben hier noch keine Flugzeuge. Ja. Ein Problem. mal vom verbündeten beschützen das muss ich auch nicht vorwärtsbewegt so ganz langsam ich glaube wir haben sich ganz langsam immer näher an meine Basis beschworen nein passt mal kurz nicht auf und schon wieder alles vernichtet wenn ich es denn machen kann zwar kann ich da mal weg ihr könnt meine Flugzeuge können ich höre es ja 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 Der Atelier flinkt nirgendwo Wo war denn die? War die nicht nirgendwo? Wo ist das? Gleich durch die Fabrik Die muss ich ja auch beschützen Was anderes ist, der Feind nicht 2 Milliarden Einheiten die Sekunde rausbläst Den Punkt haben sie schon eingenommen New Flight Path received Moving Constructing Flight Path confirmed Richtig Bock Confirming new coordinates I just need to see you to kill you Commander Toll Nein! Ffff Habt ihr auf mich hinterher zu gehen Pisst euch Power Plant complete Ich will nicht schmiert Ich will nicht schmiert 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 Ich freu aber nicht. Ah doch, da war er doch. Aber wieso sagt mir denn keiner, dass ich hier angegriffen werde? Ach komm. Jetzt wollen wir einmal mit seiner Super-Waffen nachher reinfallen, dann ist jeder vorbei. Angreifen kann ich aber auch nicht wirklich, weil die Art wie loswerden muss. Ja, für alle drei Punkte, wie kriege ich auch immer wieder oberen. Mein Verbündeter ist eh völlig nutzlos. Gut, dass das Spiel so schön gebalancet alles ist. Warte mal, werde ich hier angegriffen, ohne dass mir das Spiel das sagt? Ach, ich hasse dich, du... Hast du unsere Benachrichtigung, wenn wir einen eingedrücken werden? Hm? Roger, move into position. Flight path confirmed. You have a target? Confirming new coordinates. Maneuvering? New flight path received. Moving? Go ahead. Flight path confirmed. Ah, a new target. Nein, nur auf. Lass mich in Ruhe. Da soll die Atom-Pakete loswerden. Ja, das ist mir auch nicht geplant. Ja, das ist mir auch nicht geplant. Warte. Drone ready. Moving. Drone target confirmed. Flight path confirmed. I have my target. Weck mich doch. Ich komm da nicht durch. Super weapon control complete. Ach so, das war mein Freund. Super, ich komm da nicht durch. Super, ich komm da nicht durch. Na ja, wenn ich durchkommen kann ich nicht angreifen. Moment, ich kann nicht, da ist ja noch einer. Ja, da treffen sie mich auch. Ja toll. Ja toll. Toll, was mach ich jetzt? Nein. Auf einmal. Charlie, ich messi mich nicht. Ich mach dich nichts machen. Ich kann angreifen mit dem Boden trocken, aber ich werde vernichtet. So ein bisschen wieder riesige Luft an mir aufbauen Mhmm, damit meine Ressourcen langsam alle werden Boah, man sagt auch, was viele Einheiten auf mir sind Ja, toll Da kommen die riesigen Armeen der feindlichen Basen Ich bin natürlich eine Basis näher als ich Oh, wow Mhmm Ah, ich werde hier oben schon angegriffen, weil meine Drucken dabei zusehen und nichts machen Danke, dass ihr so nützlich seid Wow Ja, ich glaube wieder alles geschissen Also noch hart Nein, raus da Womit er kommt Was zur Hölle? Was ist das? Das kann nicht die Adler riesen, so viel war ich, weil er hat ihn nicht Okay Oh wow, ja, komm Die Verfährstimbo jetzt schon wieder Das geht nicht, das ist Das ist Da gibt's doch mal, ich weiß, aber da gibt's doch irgendeinen Weg, die KI zu Schließen, aber das geht so nicht Ich habe alles, was zur Hölle, der steht doch noch ganz da hinten Lauf doch mal raus Lauf doch mal raus Lauf doch mal raus Das geht einfach gar nicht Keine Ahnung, was wir da machen sollen, aber Ja, komm Ja toll, da müsste ich bessere Einheiten bauen, die auch was aushalten, aber das kann ich nicht, weil ich habe kein Geld dafür Wie Hauptschaden macht, brauche ich ja viele Einheiten Wo ist denn diese Adler riesen? Ist nicht mehr da, wo ist denn der jetzt hin? Der hat doch Also habe ich doch nicht die Hindererung, dass der sich nach vorne bewegt Irgendwo, der weiß wohin Zerstört er so Gut Ich habe keine Ahnung, wo der hingegangen ist Ah, da ist der nächste Mob Warum wir die so viel Geld hier haben Die können das unmöglich in der gleichen Geschwindigkeit gesammelt haben wie ich Ähm Habe ich ihn noch sammeln? Nein Ähm, heute sind wir doch nicht, ja Strukture sold See you go Headquarters under attack Ally under attack Strukture sold Strukture sold Strukture sold Strukture sold Ready Fight path confirmed Affirmative Ally under attack Harvester under attack Howdy Hm, hm, hm Da ist er irgendwo vorn gelaufen, also das ist auch nicht richtig Doch richtig in eine Rolle Ah Ja Kann mich mal jemand vernichten, da wird die Punkte bekommen für Ich weiß nicht Ally under attack Ja, da geht mein Verbündeter drauf, der auch nicht viel macht Der Gegner bläst ohne in der Einheit raus, mein Verbündeter halt überhaupt nicht Ach Hervester destroyed Hm Hm Ja, so schön Hm Hm Meine Basis ist verloren, Kommander. Ich kann nicht weitergehen. Lieferlich Nutzlos. Woher soll ich die Punkte hängen? Also Stufe 2. Hm. Ja, was kann ich für Einheiten bauen? Das ist halt alles irgendwie. Die kosten halt auch ohne Ende. Also ich weiß nicht, was die kosten. Doch, 136. Kostet 208. Vielleicht kann ich irgendwie was. Hm. Äh, neue Einheiten. Wo wir auf jeden Fall in die Luft schießen können. Oh, da schließt hier schon mal das meiste aus. Der Rest ist halt Müll. Könntet ihr hier auch noch schwere Panzer bauen? Hm. 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 Ja, toll. So, scheiße. Äh, Sonne da noch. Hm, auch Müll. Ich habe nicht das Gefühl, dass die anderen Waffen wirklich nennenswert besser sind. Ich kann natürlich so mal... Ich weiß, das ist schon recht gut gegen alles. Außer halt gegen schwere Panzer. Äh, soll auch alles. Ich kann auch nur Müll bauen, ist der Wahnsinn. Und noch für Mission, das ist bereits mit mir ran, ne? Mit ihrem Panzer. Äh. Äh. Jetzt habe ich die Falsche wieder gestartet. Ne, da hat sie zwei. Wie ist das? Jetzt. Das wohne ich doch. So, es gibt da eine Möglichkeit, die KI zu cheezen, oder... Ja, es wird überhaupt nichts werden. Äh. Constructing. I'm here. Scouting is in. Ach nein, das war Dinosaur. Das war noch mehr mit diesem fett Panzer, ne? Was war das? Nochmal diesen Panzer... Ah, geil. Hm. Oh, leckt mich. Keine Lust heute. So, wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 500 MATTE